Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Let's Play endlich mal wieder hier auf meinem Kanal. Und ja, wir spielen heute das Spiel Ancora. Wir testen es einfach mal ein wenig aus, wie es mir so gefallen wird. Und eventuell wird es danach das erste Spiel hier auf diesem Kanal, was ich endlich einmal zu Ende spielen werde. Und ich wünsche euch viel Spaß. Als erstes, also deutsch ist es schonmal. Ähm, die Musik an. Ähm, wir sehen uns gleich wieder. Ah ne, alles gut. Gehen wir dieses Ding an. Gut, und los geht's. Was gibt's da an ihm? Steuerung reagiert nicht. Moon hier. Äh, Moon hier. Forschungsthemen 5. Ich habe Probleme mit meinem Raumschiff. Hu hu hu. Nichts. Keine Antwort. Ich verliere an Höhe. Das Schiff hält das nicht aus. Äh, ich zerfalle in Stücke. Ich schicke meine Koordinaten. Versuche eine Notlandung. Wenn mich jemand hören kann, bitte. Schick dein Rettungsteam zum Planeten Ancora. Es startet auf alle Fälle sehr dramatisch. Wir sind gelandet. Trotz allem hatte ich Glück. Das Schiff ist ein Frack. Aber mir ist beim Abschutz nichts passiert. Hm, die einzige Möglichkeit, die mir jetzt noch bleibt, ist ein Signal zu senden. So kann ich gerettet werden. Ich muss die Schiffsteile ausführlich machen, die bei der Landung abgefallen sind. Hm, wenn ich sie finde, habe ich alles, um eine Senderantenne zu bauen. Ha! Die Atmosphäre auf Ancora ist nicht lebensbedrohlich. Ich kann losziehen und die Gegend erkunden. Aha! Aber davor sollte ich ein paar Vorräte aus dem Schiff mitnehmen. Gut. Dann holen wir Vorräte. Also, Wasserflasche und wir haben fünf Snacks. Okay. Ist es nicht viel, aber... Na, dann fange ich mal mit der Entkundung an. Ich öffne meine Karte. Okay. Okay. Anscheinend führt hier ein Weg nach Osten. Ich sollte ihm folgen. Okay. 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 Kann man den Pilz essen? Ja. Der Pilz kann man essen. So, Entschuldigung. Ich wurde gerade unterbrochen. Und wir machen mal weiter. Wir haben ja gerade was zu essen gefunden. Und... Ah, Werkzeug. Ein Hammer. Warum? Holster. Ah, ein Holster. Ah, dass wir hier runterkommen müssen, dann hätten wir das voll gut gemacht. Ne? Okay. Okay, wir wissen... Aber wenn wir doch Holz sammeln müssen, dann müssen wir Bäume fällen, oder? Kann sie das überhaupt? Ne. Hand. Ja, ne. Kann sie es nicht einfach... Okay, aber wir gehen jetzt mal nach Osten. Oh, hier ist das Feuer. Ja, kochen wir vielleicht? Ich brauche einen Kochtopf, damit ich im Lagerfeuer kochen kann. Oh, okay. Und aufwärmen? Okay, das kann ich mal wieder. Ja, was ist das? Hey, ist da irgendwer? Hoho, du hast ihn gefunden. Hoho, der Hammer. Nachdem ich dich gefragt habe. Ja, ich habe ihn im Wald gefunden. Ich werde ihn dir zurückgeben. Hoho, das ist nicht nötig. Ich habe mehrere, Hammer. Aber du kannst mir helfen, damit einen Holztisch zu bauen. Ein Holztisch, okay. Ach, das ist der Händler. Ich dachte, der wäre nervös. Okay. Okay. Ah, ah, okay, okay. Ich muss sagen, Leute, schaut euch mal unsere Karte an. Wir haben drei Gebiete bis jetzt erkundigt. Und es geht hier nur nach Norden, nach... Also hier Süden, Westen und so alles. Und wir gehen gerade schön nach... Nicht, oder? Äh, Osten. Okay, du hast die letzte Aufnahme. Ich bin jetzt dafür. Äh, 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 äh. Ich muss mir gerade herausfinden, wie man es macht. Einen Tisch. Wo stellen wir den Tisch hinter? Da ist er ganz schön, glaube ich. Oder ja? So, little left. Wunderbar, jetzt einmal hier ein Tischchen. Fertig! Mit diesem Tisch kannst du jetzt dein eigenes Werkzeug herstellen. Eine Säge wird zernützt, sich seinem Holz von Bäumen zu bekommen. Ah! Oh, und du kannst mehr Materialien bekommen, wenn du diese Struktur zerstörst. Danke für deine Hilfe. Nichts zu danken. Komm zurück, wenn du die Säge hast. Oh, meine Säge. Oh, wir brauchen Metall dafür. Wo bekomme ich Metall? Ah, ja. Ah, ja. Okay, zerstören. So, wir haben... War das Metall? Säge. Jetzt haben wir's. Wunderbar, wir haben eine Säge. Jetzt müssen wir, glaube ich, wieder zu ihm gehen. Nutze die Säge sorgsam. Misshandle die Bäume nicht. Ich werde nur sägen, was ich brauche. Ich bin ein Forscher, der die Natur respektiert. Sehr gut. Ich werde dir das Geheimnis verraten, wie du die Schaufel herstellen kannst. Mit der Schaufel kannst du den Boden hoch- oder ausheben. Aber möchte sie jetzt Ausdauer oder Stärke? Wir gucken mal. Ausdauer verbessert Verteidigung gegen Monster. Ähm... Okay. Ähm... Ich würde lieber Ausdauer wählen. Ich bin schon lange nicht mehr zu... Ich muss sagen, ich finde es cool, dass ich nicht so Stärke und Ausdauer wählen kann, was man hochleveln möchte. Echt super. Okay. Ich bin schon lange nicht nur zu meinem Dorf zurückgekehrt wegen dieser Sperre. Mit deinem neuen Werkzeug kannst du den Weg freimachen. Du wirst es im Südosten finden. Bring diesen Edelstein zu Chief Koda. Er wird sicher wissen, was wir damit tun sollen. Gehe zum A-N-K-Dorf, Südost, in dem du die Schaufel nutzt und bringst Chief Koda diesen Edelstein. Okay. Machen wir. Ähm... Ne, zwar nicht. Okay. Ahja, so kommen wir nicht hin. Okay. Wir nötigen hier einen Hammer. Ich habe mich nur wieder runtergekommen. Also wir müssen mit... Okay. Jetzt kriegt das hin. Äh... Wo hapert sie gerade hin? Ja, 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 ja. Und wenn du jetzt jetzt nähe so und dann in die Richtung läufst, dann deine Säge kannst du es... Ne, okay. Das kannst du nicht... Okay, okay, okay. Okay. Und wenn... Dann... Ja, okay. Ähm... Man sieht, dass ich überfordert bin. Ne, ich habe echt keine Ahnung, wie ich jetzt hier so vorbeikomme. Äh, Holz kann ich glaube ich mir nicht abbauen. Ne. Ah. Okay. Wir versuchen es mal... Wenn wir so irgendwie... Okay, 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 okay. Ähm, können wir hier eine Holzstrecke... Ah, hier können wir eine Holzstrecke. Ich weiß nicht, was wir jetzt tun. Aber wir suchen es mal. Okay, und jetzt geht er mal runter. Kommst du nicht? Ja, wenn ich doch hier eine Holzstrecke bauen konnte, dann musst du da auch runterkommen, Madame. Nein. Das tust du echt nicht. Okay. Hm. Wäre auch so schön, um Arzt zu sein. Ich habe echt... Ich habe keine Ahnung. Brauchen wir noch was am Werkzeugtisch? Die Schaufel? Aber die Schaufel habe ich, oder? Ich habe die Schaufel nicht oben. Oh. Oh, weee, weee. Ich hatte die Schaufel nicht. Guck mal her. Ich glaube, jetzt geht's. Ähm, Graben. Oh Gott. Ah, ich hatte die Schaufel vergessen. Das Struggle war real. Das ist so... Äh, schlimm. Ja, ich muss es nochmal ganz gut schauen. Ah ja, okay, 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 okay. Wenn wir jetzt hier versuchen... So, geh mal da hin. Und jetzt ähm... Graben. Grabe dich mal runter. Genau. Dann lauf hier hin. Und jetzt erhöhe dich. Oh Gott, Leute. Wir haben es endlich geschafft. Mein Gott. Bis ich mal kapiert habe, dass wir dafür die Schaufel benötigen. Oh Gott. Ähm, okay. So, dann gehen wir mal jetzt höher. Und da ist eine Biene. Ist das ein Gegner? Äh, ja. Aber Leute, wir beenden auch mal diese Folge. Und wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss. Tschüss.